Gewinne um über 14% übertroffen zum geplanten Budget. Wie das geht, zeige ich dir im Video. Hi und herzlich willkommen. Heute mal Fokus auf jene, die Unternehmen haben und Führungskräfte sind. Für alle diejenigen unter euch, die Mitarbeiter sind, diese sechs Indikatoren, die dazu beitragen, dass im Unternehmen um über 14% Gewinne erzielt, also übertroffen werden zum Budget, ist das nicht uninteressant, weil du kriegst ein Gefühl dafür, weswegen du gern bei deinem Arbeitgeber bist. Und der Arbeitgeber wäre ausgezeichnet, eine gute Idee, jetzt genau zuzuhören, was du tun kannst, um deine Gewinne im Unternehmen zu erhöhen. Wir reden hier vom Gallup-Index, eine regelmäßige Befragung von über 37.000 Mitarbeitern, unterschiedliche Branchen und diese sechs Indikatoren sind wesentlich. Ich selbst war über viele, viele Jahre Führungskraft, auch auf diesem Kanal, so beide, wo ich sei erwähnt, all die Dinge, die ich in diesem Kanal zur Verfügung stelle, an all meinem Wissen als Trainer und Coach seit über 19 Jahren, ist Praxis erprobt. Also es gibt hier nichts auf dem Kanal, was ich nicht selbst schon getan hätte oder und regelmäßig mit meinen Kunden trainiere. So, diese sechs Indikatoren sind denkbar einfach und wiederum geht es um den zentralen Fokus Mensch. Denn du kannst nur so ein ausgezeichnetes Unternehmen haben, ohne Mitarbeiter wirst du das Wachstum bremsen. Und ohne ausgezeichnete Mitarbeiter ist Wachstum schlichtweg nicht möglich, wir wissen das. Und jeder brillante Mitarbeiter hat die Möglichkeit, in andere Unternehmen zu gehen. So, und was bindet jetzt einen Unternehmer, also einen Arbeitgeber, an den Arbeitnehmer und umgekehrt? So, sechs Indikatoren. Einer davon ist, und ist ein sehr zentraler, weiß ich als Mitarbeiter, was von mir, von meinem Arbeitgeber erwartet wird. Sind die Erwartungen tatsächlich abgesteckt? Viele nutzen da die professionellen Mitarbeitergespräche. Ich liebte sie. Als ich noch Führungskraft war, jetzt trainier ich das regelmäßige Unternehmen in Unternehmen. Weil du bekommst halt einfach total viel Informationen von dem Mitarbeiter, was ihm wichtig und weniger wichtig ist. Das führt übrigens auch schon zu einem nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist, damit du deine Gewinne massiv erhöhen kannst. Nur einmal, es sei am Rande erwähnt, über 14% übertroffen. Und, nur so by the way, 20% verfehlt, wenn du diese sechs Indikatoren massiv vernachlässigst im Unternehmen. Erster, weiß ich, was von mir erwartet wird, als Mitarbeiter im Unternehmen. Das zweite, interessiert sich mein Vorgesetzter oder eine andere Person im Unternehmen für mich als Person. So, und das kannst du schon mit ausgezeichneten Mitarbeitergesprächen einführen. Das ist ein zweiter Indikator. Und da merkt man schon, das ist nicht massiv schwierig. Ja, das Interessante ist, bei vielen Kunden, wo ich unterwegs bin und bei den unzähligen Unternehmen, die ich tagtäglich sehe, sind diese zwei Grundsätze schon mal sträflich vernachlässigt, würde ich mal meinen. Und dann wundern wir sich, wenn Mitarbeiter wegen 50 Euro unterschiedliches Lohngefüge zu anderen Unternehmen abwandern. Oder weswegen wir massive Probleme haben am Arbeitsmarkt, dass Mitarbeiter nicht gefunden werden. Ja, kein Wunder, wenn du kein Hetz hast in der Haken, weil du nicht das tun kannst, Punkt 3, was du von Herzen gern tust. Das ist ein dritter massiver Punkt, um Gewinne zu erhöhen. Also, kann ich täglich das tun, was ich gerne tue? Mitarbeiter sind oftmals falsch eingesetzt. Und ich kann ein Lied davon singen. Ich kann mich nur erinnern, als ich selbst im Verkauf war und dann Führungskraft geworden bin. Ich liebte es, Mitarbeiter zu führen. Und dann habe ich selbst meine Stellvertreter nominiert. Also, Filiale der Stellvertreter. Die waren aber dafür nicht geeignet. Ich auch nicht, weil ich noch zu jung war, zum damaligen Zeitpunkt, das richtig zu erkennen. So, und die habe ich im wahrsten Sinne des Wortes verbrannt. Also, du kennst vielleicht den Spruch, da hast du einen Mitarbeiter verbrannt. Ja, genau. Weil ich ihn dort eingesetzt habe, wo seine Fähigkeiten noch nicht gepasst haben, seine Möglichkeiten, sich zu entwickeln, nicht gepasst haben. Ich selbst keine Zeit hatte, ihn weiter- und auszubilden. Ich nicht die Ressourcen gehabt habe, ihn jemanden zu geben, um Fähigkeiten zu entwickeln. Also, Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, nein, weil wir halt voll im operativen Geschäft waren. So, und da wundert es mich nicht, dass die dann nach einem halben Jahr sagen, Krautgartner, wissen Sie was, ich gehe jetzt woanders hin. Und auch keine Mitarbeitergespräche geführt. Vierter Punkt. Drei haben wir schon. Vierter Punkt, der massiv dazu beiträgt, um deine Gewinne im Unternehmen zu erhöhen, ist, hat dein Mitarbeiter in den letzten sieben Tagen Lob und Anerkennung von einem Vorgesetzten bekommen? Wenn du Unternehmer bist, wäre es eine gute Idee, mit deinen Führungskräften darüber zu sprechen, wie die das halten, weil es ja deine Verantwortung ist. Habe ich in den letzten sieben Tagen Lob und Anerkennung erhalten? Vierter Punkt. Der dazu beiträgt, ob du Gewinne steigerst oder verlierst. Habe ich die Möglichkeit, fünfter Punkt, habe ich die Möglichkeit, mich fort- und weiterzubilden? Ein ganz elementares Teil im Unternehmen. Da haben viele, viele Kunden von mir auch schon wunderbare Akademien und Möglichkeiten geschaffen, wie man halt Mitarbeiter fördert durch Aus- und Weiterbildungen. Machst du das regelmäßig? Ich erlebe das auch auf anderer Seite sehr oft, dass ich einen Anruf kriege von einem Unternehmen, weil ich doch sehr bekannt bin mittlerweile in Österreich, im Training- und Coaching-Bereich. Grautgartner, wir würden gerne ein Training mit ihnen machen. Und ich frage dann, ja, um was geht es? Ja, dann geht es meistens um Teams, also Produktivität steigern oder verkaufen. Meine zwei Schwerpunkte. Und sage ich, was haben sie denn so vor? Oder was wollen sie denn machen? Ja, wir wollen einmal so zwei Tage zum Eingrufen, damit die Leute wieder ein bisschen aus diesem Kontext herauskommen, aus dem Umfeld. Zwei Tage, super. Da merkt man, das ist irgendwo vom Vorstand eine zentrale Aufgabe, dass der Geschäftsführer dann möglicherweise irgendwann einmal sagt, ja, ich habe ja was getan. Auftrag erfüllt, zwei Tage, Highlight, großartig. Das hat mit Nachhaltigkeit genau gar nichts zu tun. Aus- und Weiterbildung hat was mit Regelmäßigkeit zu tun und mit Nachhaltigkeit. Nämlich Entwicklung. Da gibt es aber viele Unternehmen, die zum Beispiel auch im Employer Branding ganz viel tun. Und das macht einen Unterschied. Ich habe gerade unlängst, also ich weiß ja nicht, wenn du jetzt das Video siehst, das kann ja in ein paar Jahren sein. Wir reden jetzt von 2021. Mitte 2021 habe ich gerade ein Training mit einem Stammkunden von mir gehabt. Große Mannschaft, wo wir mal die Erwartungen abgeholt haben von den Mitarbeitern. Das kann man gezielt steuern. So, lange Rede, kurzer Sinn. 90 Prozent, wann nicht sogar mehr. Es waren auch zwei dabei, die eher kritisch dem Thema gegenüber gestanden sind, nämlich um Arbeitsweisen zu verbessern. Aber über 90 Prozent von all den Mitarbeitern haben ein massives Lob an den Arbeitgeber ausgesprochen. Die Fluktuationsrate bei dem Unternehmen, wo ich tätig bin, liegt bei nahezu null. Über die letzten 15 Jahre. Das heißt, dort sind Mitarbeiter so gern in dem Unternehmen, weil all diese Indikatoren, die ich hier aufgezählt habe, der sechste kommt gleich, eingehalten werden. Und weil sie Mitarbeiter massiv wohlfühlen in dem Unternehmen. Und das macht einen Riesenunterschied. Ob du emotional eine Bindung zu jemand hast oder nicht. Machen wir uns nichts vor. In einer Partnerschaft ist es genauso. Je emotionaler wir uns gebunden fühlen zu unserem Partner, desto weniger schauen wir in die große Prärie nach außen. Was es da alles an Möglichkeiten und zusätzlichen Optionen gäbe. Na, weil wir einen Fokus auf das haben, was tatsächlich wichtig ist. Und nun zum sechsten Punkt, der sehr elementar ist. Auch ganz einfach. Habe ich als Mitarbeiter, als Arbeitnehmer die Materialien, die ich benötige, um meine Arbeit richtig zu machen. Da scheitert es auch bei vielen Unternehmen. Das sind diese sechs Indikatoren. Ich blende sie dir noch gerne einmal als Zusammenfassung ein, damit du eine Idee für dich entwickeln kannst mit deinem Team, wo du den Fokus hinlegst. Damit du in deinem Unternehmen deine Gewinne erhöhst. Zum geplanten Budget. Nachweislich. Ich gebe da unten gerne auch den Link zu der Studie hinzu. Doch wenn du ein bisschen ein Gespür hast, ab von Zahlen, Daten und Fakten, wird es dir bewusst werden, dass diese sechs Indikatoren ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist, um dein Unternehmen weiterzuentwickeln. Ganz viel Erfolg bei der Umsetzung. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen da. Kommentier, wenn du irgendwelche Fragen hast oder Anregungen auch für die Community. Abonnier deinen Kanal. Sag es weiter, wenn du magst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Manuel Fink. Dein Manuel Fink. Vielen Dank.